Also das war immer mein großer Traum, zu sagen, ich möchte gerne einfach Olympiasieger werden. Weil zum einen gibt es nicht sehr, sehr viele Olympiasieger. Also das ist ein Stellenwert, den man unter ein gewisses Prädikat, was nicht sehr, sehr viele haben. Und das ist man irgendwo gefühlt auch sein Leben lang Olympiasieger.